Mensch kannst du mich doch nicht blockieren, die knallen mich ab. Wo s' der Idiot hingerannt? Der is an mir vorbeigerannt. Der ist hinter dir. Treppen hochgehen kann Sch großen zur echten Herausforderung werben. Ein ordentlicher bauer hat immer ein Medipack in der Hand ähm im Haus utfuck! Ist das jetzt mit deiner Grafik besser? Ja, das war anscheinend bloß im Umfang. Das wurde wichtig erst aufgebaut. Nein, da brauchen wir gar nicht rein schauen. Bleib mich so lange stehen, Alter. Kannst du mich doch hier nicht blockieren, die knallen mich ab. Da ist keiner drin. Die Karte ist schwarz hier. Ach so. Ja gut. Wieder zurück, weil du gehst nicht runter. Warte, ich guck erst mal, wo wir hin wollen. Segemühle. Das ist ein Wasserträger. Ach so, der Umraten. Vorsicht. Die scheue ich mir auf wahrscheinlich. Oh, da sind gebandsert. Den schlaue ich todschnell. Gibt 60 Punkte. Oh, das zur 2. Quatschen, der1, der2. Dämonien. 2. 1. 2. 2. 2. 1. 2. 2. 3. einer. Wo ist der Idiot hingerannt? Der ist an mir vorbeigerannt. Der ist hinter dir her. Er lässt sich von der Idee nicht abbringen. So, noch mal nachgeschlafen. Komm Mutter. Die sind runtergefallen. Die sind alle also blöde, Alter. Da haben wir uns gerade geschossen. Da haben wir uns gerade geschossen. Da ist ein Köter. Die steche ich ab. Aber schauen wir mal auf, Tüter. Ja, da werden wir nicht rein. Nein. Ich hab's verpeilt. So, war da. Erblutung stoppen. Und da war da noch irgendwo ein Medipack. In der kleinen Mühle da. Hier unten habe ich, glaube ich, keins gesehen. Du hast eine Fliegenschlampe abgeknallt. Bei. Sehr schön. Schauen wir nochmal ins andere Geburt hier. Da wird jemand sehr verkriemen. Wollen wir den Hinweis einsammeln oder nicht? Dann wird's nicht. Nix. Okay. Portrika oder eine Viehzucht, oder? Wir machen noch. Ich hasse Portrika irgendwie. Ich mag's auch nicht, weil es ist ein großes. Da ist noch eine Fliegenschlampe. Ja, irgendwo höre ich so Säuse an. Die ist da links von mir. Die kommen nach Ostenberg. Die ist über mir, glaube ich. Ja, hinter dir. Da ist links von mir. Da. Gibt ihr. Ach, da ist sie. Die läuft doch noch. Ja, weil es ist ein Kopf. Ach so. Ich hab wahrscheinlich nicht erledigt. Cool. Jetzt kann ich nicht. Alter, hast runtergefallen. Ach, scheiße. Die Fliegenschlampe. Behinderte bei der Arbeit. Ach, dass er Treppen hoch gehen kann. Schon zur echten Herausforderung werden. Wer den Schaden hat. Da sind wir noch Köter. Stech ich ab diesmal. Hoffentlich ordentlich. Ja. Mann. Idiot. Was dann lebst du noch? Mann, ist das ein Scheiß. Oh, und das hier klappt. Und jetzt brauche ich ein Medipack. Komm mal rein in die Viehzucht. Ja. Ackerbau und Viehzucht. Ein ordentlicher Bauer hat immer ein Medipack in der Hand. Äh, im Haus. Meine Treppe. Nichts. Waschlappenbutter. Machst du das? Nein. Oh, da wird geschossen. Ja. Aber das ist vom Gebäude drin. Ja. Warum machst du zu, Alter? Ja. Mhm. Genau, das ist erstmal verbinden. Ich glaube, da ist die Spinne drin, oder? Schau mal, hier hätte nichts gekrabbelt oder so. Nee. Mach jemand rüber. Tür auf! Tür auf! Tür zu, Alter! Das sind alles sinnlose Geräusche. Oh, 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 oh! Oh, oh, aber au, das tut weh, Alter! Ich glaube, der weiß, dass wir da sind. Boahst du das? Nee. Oh, da geht's auch. Du bist jetzt auf der anderen Seite vom Gebäude, ne? Mhm. Ich hab einen. Ostern. Ja. Mal kurz gucken. Was? Alter. Ja. Bist denn du bei Hammort? Oh, Alter. Der ist auch volle Filet drin. Und der hat Fächern. Ja. 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 Drei. Ja. 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 Boah, fuck, bin tot. Ich hab die Sitzkirchen gebrochen. Den hab ich gesehen. Der Quante ist über mir. ich glaube nicht dass ich den erschossen super ich bin der miese wichser ich bin der jäger so auf links und hier ist er hoch in der wand hinter dir jetzt wer war das der hat durchs holz durchgeschossen einfach sie mich verarschen die dumme sau auch noch kopfschuss alter na klar wenn es weiter nichts ist das kann nicht sein doch ein pot oder auch so ein scheiß das kann man nicht sein durchs holz ja habe ich auch schon hingekriegt da habe ich den aber gesehen wie er hinter dem holzzaun direkt er war hinterm holzzaun sein kopf konnte nur dort sein aber auf die entfernung durchs holz alter wie geht das mit einer pistole doch zwei jäger getötet schade didier hat ins gras gepisst auf und im 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 Untertitelung des ZDF, 2020